Hallo zusammen, ich bin Rahel vom Zentrum der Gesundheit. Heute möchte ich mit euch über Chlorophyll sprechen, den grünen Farbstoff in Pflanzen. Vielleicht habt ihr auf anderen Kanälen bereits die zahllosen Videos zu Chlorophyll und seinen erstaunlichen Wirkungen gesehen. Anhand der wissenschaftlichen Literatur zeige ich euch, wie Chlorophyll tatsächlich wirkt und wie ihr es am besten zu euch nehmen könnt. Also los geht's! Chlorophyll befindet sich in jeder grünen Pflanze. Und da grüne Pflanzen für unsere Vorfahren in der Urzeit ein wichtiges Grundnahrungsmittel waren, ist schon allein das ein Hinweis darauf, wie wichtig der Pflanzenstoff für uns Menschen sein muss. Dennoch gilt Chlorophyll offiziell nicht als lebenswichtiger Stoff. Vielleicht ist aber genau das ein Trugschluss und vielleicht sind viele Neuzeitmenschen heutzutage nur deshalb so anfällig für chronische Erkrankungen, weil sie keine grünen Gemüse mehr essen und somit auch kein Chlorophyll mehr zu sich nehmen. Denn Chlorophyll hat viele Eigenschaften, die dabei helfen, Krankheiten vorzubeugen oder sie zu heilen. Nämlich Chlorophyll wirkt entzündungshemmend und antioxidativ, es fördert die gesunde Blutbildung, es unterstützt die Entgiftung von krebserregenden Substanzen, zum Beispiel Schimmelpilzgiften und Schwermetallen, es ist gut für den Darm und die Haut. Es fördert die Wundheilung und sorgt für einen angenehmen Körpergeruch. Auf drei dieser Wirkungen möchte ich näher eingehen, weil sie euch wirklich ganz enorm helfen können, eure Gesundheit und euer Wohlbefinden zu verbessern. Das ist einmal die Blutbildung, dann die Entgiftung und als drittes die Verbesserung von Körpergerüchten. Auch werde ich noch auf die angeblich so gute Wirkung bei Akne zu sprechen kommen, da diese im Mittelpunkt vieler Videos steht. Zuerst zur Blutbildung. Wenn die Blutbildung nicht funktioniert und sich eine Blutarmut entwickelt, wird meist ein Eisenmangel festgestellt und Eisen verordnet. Oft hilft es auch bereits, manchmal aber auch nicht. Wenn ihr etwas für euer Blut tun wollt oder sogar selbst immer wieder an Blutarmut oder einem Eisenmangel leidet, dann ist Chlorophyll für euch besonders wichtig. Denn Chlorophyll hat eine enorme Ähnlichkeit mit dem roten Farbstoff in unserem Blut, dem Hämoglobin. Beide Moleküle sind ringförmig und unterscheiden sich nur darin, dass Chlorophyll in der Mitte des Rings ein Magnesiumatom hat und Hämoglobin ein Eisenatom. Chlorophyll enthält selbst also kein Eisen. Dennoch kann es sehr gut die Blutbildung fördern und sogar den Ferritin-Spiegel steigen lassen, wie eine Mäuse-Studie aus 2016 zeigte. Ferritin ist das Speichereisen. Sein Wert gilt als verlässlicher Marker für die Eisenversorgung. Das verwundert, denn wie kann Chlorophyll den Eisenspiegel heben, wenn es selbst gar kein Eisen enthält? Ganz einfach. Wenn bei einer Blutarmut Hämoglobin fehlt, dann reicht allein die Gabe von Eisen oft nicht aus. Denn schließlich besteht Hämoglobin nicht allein aus Eisen. Chlorophyll nun liefert zwar kein Eisen, aber alles andere, was es zur Bildung von Hämoglobin braucht. Denn abgesehen von Eisen ist das Chlorophyll ja mit dem Hämoglobin nahezu identisch. Bei Blutarmut sollte daher eigentlich nicht nur Eisen eingenommen werden, sondern immer auch Chlorophyll. Kommen wir zur Entgiftung. Bei der Entgiftung ist das Chlorophyll ganz ähnlich kompetent. So kann es beispielsweise Schimmelpilzgifte, die sogenannten Aflatoxine, binden und ausleiten. Aflatoxine sind stark giftig für die Leber und gelten als krebserregend. Indem Chlorophyll nun die Aflatoxine bindet, verhindert es indirekt die Krebsentstehung. In einer Studie der John Hopkins University in Baltimore erhielten 180 Personen vier Monate lang täglich 100 mg Chlorophyll. Es zeigte sich, dass die Einnahme von Chlorophyllin die Aflatoxinbelastung um 55% reduzieren konnte. Die Wissenschaftler schrieben somit in ihrer Schlussfolgerung, die prophylaktische Einnahme von Chlorophyllin oder auch der verstärkte Verzehr von chlorophyllreichen Lebensmitteln zu den Mahlzeiten scheint ein praktikables Mittel zu sein, um Leberkrebs oder anderen umweltbedingten Krebsformen vorzubeugen. Und koreanische Forscher konnten im Jahr 2013 zeigen, dass Chlorophyll die Zellen auch vor Schwermetallen schützt, weil es diese einfach bindet und damit unschädlich macht. In dieser Studie stellte man auch fest, dass Lykopin die entgiftende Wirkung von Chlorophyll unterstützen kann. Lykopin ist der bekannte Pflanzenstoff aus Tomaten, der aber auch reichlich genau dort vorkommt, wo auch viel Chlorophyll enthalten ist, in grünem Blattgemüse. Dennoch könnt ihr natürlich immer auch Tomaten oder auch das besonders lykopinreiche Tomatenmark mit chlorophyllreichem Gemüse kombinieren. Bei uns findet ihr dazu zum Beispiel ein Spinatgemüse mit Tomaten und Räuchertofu. Natürlich könnt ihr beides auch im Salat mischen, so wie in unserem Spargelsalat, der zusätzlich noch grünen Spargel enthält und mit einem sehr leckeren, aber total einfachen Dressing angemacht wird. Beide Rezepte verlinken wir natürlich unten in der Infobox. Chlorophyll bildet übrigens nicht nur mit Aflatoxinen und Schwermetallenkomplexe, sondern mit vielen weiteren gesundheitsschädlichen und krebserregenden Giftstoffen. Zum Beispiel Giften aus Zigarettenrauch, mit Dioxinen oder auch mit heterozyklischen aromatischen Aminen, die beim Braten und Grillen von Fleisch und Fisch entstehen. Chlorophyll kann also die Gefährlichkeit dieser Stoffe reduzieren, wenn es gleichzeitig mit den entsprechenden Lebensmitteln eingenommen wird. Ideal wäre es aber natürlich, die Gifte von vornherein zu meiden. Die dritte und letzte Wirkung des Chlorophylls, die ich euch vorstellen möchte, ist die Absorption von schlechten Körpergerüchen. In Asien gilt es Chlorophyll wegen dieser Eigenschaft sogar als Deo von innen. Besonders bekannt sind Chlorophyll-Dragés gegen Mundgeruch. Wenn ihr solche Dragés kaufen wollt, achtet aber auf die Inhaltsstoffliste. Meist enthalten sie viel zu viele überflüssige Zusatzstoffe wie Zucker, Farbstoffe oder Titandioxid und dazu noch sehr wenig Chlorophyll. Besser sind da Chlorophyll-Tropfen, wozu wir aber später noch kommen. Abgesehen von Mundgeruch bekämpft Chlorophyll aber auch die Gerüche von Urin, Blähungen und Stuhl, was besonders in der Altenpflege hilfreich ist, wo viele Menschen an Inkontinenz und Verdauungsbeschwerden leiden. In einer Studie zeigte sich, dass man zur Besserung schlechter Körpergerüche schon zwei bis dreimal täglich jeweils 100 Gramm Chlorophyll einnehmen muss. Geringere Dosierungen von nur 100 Milligramm Chlorophyll pro Tag bringen dagegen nur wenig, wie eine andere Studie ergab. Und wie wirkt Chlorophyll bei Akne? Vielleicht vermisst ihr nun Informationen, wie gut Chlorophyll bei Akne wirken kann, da viele Chlorophyll-Videos, die im Netz kursieren, genau davon handeln. So wirklich überzeugend ist die Studienlage zu dieser Wirkung nicht, was aber natürlich nichts zu bedeuten hat. Vielleicht wurde nur noch nicht umfassend dazu geforscht. Allerdings weist Chlorophyll einige Eigenschaften auf, die alle zusammengenommen sehr wohl der Haut gut tun werden. Erstens die entgiftende Wirkung, zweitens die antibakterielle Wirkung, denn bei Akne sind ja auch Bakterien im Spiel, das sogenannte Aknebakterium, Propionibacterium Acnes. Drittens die entzündungshemmende und antioxidative Wirkung und viertens die Darmflora regulierende Wirkung. Denn je weniger Gifte im Körper zirkulieren und je gesünder die Darmflora, umso weniger oxidativer Stress entsteht und umso weniger Entzündungsfördernde Botenstoffe befinden sich im Blut. Alles zusammen könnte Akne schwinden und das Hautbild klarer werden lassen. Wenn ihr daher Hautprobleme habt und das Chlorophyll probieren wollt, dann macht das einfach. Es hat so viele tolle Eigenschaften, dass ihr in anderen Bereichen davon profitieren werdet. Selbst wenn es auf euer Hautbild nur wenig Wirkung haben sollte. Was nun die richtige Dosierung von Chlorophyll angeht, so beträgt diese im Allgemeinen ein bis dreimal täglich je 100 Milligramm, um eine Wirkung zu erzielen. Nebenwirkungen hat Chlorophyll keinen, was ja auch ganz normal ist, weil es naturgemäß in großen Mengen in unserer täglichen Nahrung enthalten wäre, wenn wir uns auch naturgemäß ernähren würden. Wenn aber jemand schon lange keine grünen Gemüse mehr isst, dann kann es nach einer Einnahme von Chlorophyll auch einmal zu Verdauungsbeschwerden, wie zum Beispiel Übelkeit oder Durchfall kommen. Was aber nur vorübergehend ist. Da Chlorophyll ein Farbstoff ist, färbt es auch den Stuhl grün oder dunkel, was aber kein Grund zur Sorge ist. Und wie steht es mit der Bioverfügbarkeit von Chlorophyll? Ab und an wird behauptet, Chlorophyll könnte gar nicht wirken, da seine Bioverfügbarkeit so schlecht sei. Es könnte aus dem Darm gar nicht ins Blut gelangen. Selbst wenn das stimmen würde, wäre es nicht so sehr tragisch, da Chlorophyll zu einem großen Teil direkt im Darm wirkt, wo es Komplexe mit Schadstoffen bildet und mit diesen und dem Stuhl ausgeleitet wird. Für die entgiftende Wirkung muss Chlorophyll also gar nicht unbedingt bioverfügbar sein und ins Blut gelangen. Allerdings zeigen mindestens drei Studien, dass Chlorophyll sehr wohl aufgenommen wird, da man seine Abbauprodukte im Blut finden kann. Eine davon ist eine klinische Doppelstudie aus dem Jahr 2000. Die anderen beiden sind Laborversuche aus 2001 und 2018. Natürlich findet ihr auch alle Studien in unserer Quellenliste beim Artikel auf unserer Webseite. Kommen wir jetzt zur wichtigsten Frage. Wie nimmt man Chlorophyll am besten zu sich? Am allerbesten ist es natürlich, wenn ihr Chlorophyll in Form von grünem Blattgemüse und Kräutern zu euch nehmt. Also in Form von Spinat, Grünkohl, Brokkoli, Rosenkohl, Mangold, Wildpflanzen, Petersilie, Schnittlauch, Blattsalate und so weiter. Da Chlorophyll nicht gut hitzebeständig ist und beim Kochen größtenteils verloren geht, solltet ihr die Gemüse roh essen oder trinken. Zum Beispiel in Form von grünen Smoothies, Salaten oder Kaltsuppen. Es gilt, je dunkelgrüner das Lebensmittel ist, umso mehr Chlorophyll enthält ist. Wenn ihr mal an einem Tag keinen Smoothie trinken mögt und auch keinen Salat im Haus habt, dann könnt ihr chlorophyllreiche Nahrungsergänzungen nehmen. Zum Beispiel Gerstengraspulver, Chlorella oder Spirulina. Am meisten Chlorophyll ist jedoch in den Chlorophyll-Tropfen enthalten. Die Chlorophyll-Tropfen von Effective Nature liefern pro 30 Tropfen 100 Milligramm Chlorophyll. Wenn ihr davon 2-3 Mal täglich je 30 Tropfen nehmt, seid ihr auf der sicheren Seite. Falls ihr nun noch weitere Informationen zu Chlorophyll vermisst, etwa welche Aufgaben Chlorophyll in der Pflanze hat, warum Chlorophyll grün ist, was der Unterschied zwischen Chlorophyll und Chlorophyllin ist und welche Dosierungen bei welchen Beschwerden ideal sind, lest am besten in unserem Chlorophyll-Artikel auf unserer Webseite weiter. Wir verlinken ihn euch natürlich unten in der Infobox. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit eurer ab heute sicherlich viel chlorophyllreicheren Ernährung. Schreibt uns sehr gerne eure Erfahrungen mit Chlorophyll in die Kommentare. Wir freuen uns immer sehr von euch zu lesen. Ganz liebe Grüße und bis bald. Tschüss! Tschüss!